hallo freunde willkommen zurück auf meinen kanal für reisen und events heute auch wieder mal ein kleines update aus dem fitnessstudio die letzten 14 tage waren etwas unruhig da ich eine kleine krankheit hatte aber jetzt geht es wieder aufwärts und heute habe ich schon ein paar übungen im fitnessstudio gemacht ich hatte da eine kleine zwangspause und musste zwangsmäßig pausieren es werden auch wieder videos kommen diese woche von einer veranstaltung da könnt ihr schon mal drauf gespannt sein es wird sich wahrscheinlich wieder um autos drehen und um einige feste also bleibt gespannt und bis dahin nach kurzen waren zwangspause schau mal das war gut aber ich mache dann auch noch karatis fang drücken wenn sie einen raum geklärt haben Ein kleines Kumpfchen, die erlässt.